Ich hab Papa die Hose voll gekotzt, er hat da rumgebrüllt. Mama. Der Teppich, der Teppich. Den hab ich gestern erst auch mal gemacht. Du weißt wirklich nicht, wann das Foto gemacht worden ist, oder? Wieso? 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 Ich hab hier Probleme, verstehst du? Da ist eine Verrückte an einem Taxi, ja? Ich will sie rauszehren, haut sich die Birne an. Ich geh ins Krankenhaus und da erfahr ich, dass sie von der Polizei gesucht wird. Du hast Probleme? Ich glaube, ich hab hier Probleme. Meine Schwester ist tot. Oh, Wille, tot. Oh, mir ist das.